Hallo und herzlich Willkommen zurück zur zweiten Runde des Minispiels. Und dann jeweils die 100 Level-Punkte einstreicht, der Verlierer allerdings gar nichts kriegt. Naja, dann würde ich mal sagen, machen wir uns auf den Weg, oder? Ja, ich muss mich nur gerade mal wieder heilen, weil ich wurde während du anmoderiert hast fast getötet. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Können wir dann? Ja. Gut, dann los. Ich rüste nur schnell noch meine Waffe auf. Ja. Junge. Ich rüste nur noch meine Waffe auf. Ja. Ach so. Ja. Ich rüste jetzt. Ja. Ja. Nein. ja richtig getötet eu ja 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 dann ist er so oder so tot jetzt also ganz offensiebend modprog hat die erste runde Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, Leute. Ciao. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Runde jetzt von unserem kleinen Minispiel. Die erste Runde hat Modprog gewonnen. Die zweite hofft natürlich ich zu gewinnen. Um dann wieder 100 Levelpunkte einzustreichen. Und ich würde sagen, wir fangen auf drei an. Eins, zwei, drei. Los geht's. Und los geht's. Ähm... Es ist erstaunlich wenig Zombies unterwegs, oder? Die haben ja in der ersten Runde doch alle getötet. Nicht alle getötet, sondern eher an einem Fleck versammelt, glaube ich. Das könnte auch sein. Stimmt, sie haben ja uns getötet. Ich war am Verbluten. Okay, du hast gewonnen. Ich beuge mich dem Gewinner. Und jetzt wurde ich auch vom Mega-Zombie gefressen. Und damit bis zur nächsten Runde. Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Was hast du gesagt? Bis zur nächsten Runde. Wir machen noch eine Runde. Ja gut, eine Runde. Also Best of Three. Genau. Machen wir Best of Three draus. Yeah. Das ist eine gute Idee. Das bedeutet, wir kommen erst nach zwei Siegen einer die 100 Punkte. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Moin Kinders. Und wir sind jetzt in der dritten Runde. Und ich würde sagen, wir machen keine langen Umschweife von. Denn wer diese Runde gewinnt, hat zwei Siege und damit den Sieg insgesamt. Und kriegt dann 100 Erfahrungspunkte. Und deswegen würde ich sagen, auf jetzt eins, zwei, drei geht's los. Okay, na dann wollen wir mal loslegen. Ich musste gerade eben schnell noch einen Zombie-Niederketten sägen. Das habe ich übrigens gehört. Das habe ich übrigens gehört. Versuchen wir diese Runde jetzt ein bisschen länger zu ziehen, glaube ich. Dann haben die Zuschauer noch ein bisschen mehr davon. Versuchen wir mal nicht sofort von irgendwelchen Zombies getötet zu werden. Ja, vor allem müssen wir auf den Mega-Zombie aufpassen. Wir sollten es eigentlich so machen, dass wir den am Anfang, also uns als Admins oben auf die Sandsäcke draufstellen und dieses Viech einfach von Anfang an töten. Weil das nimmt einem wirklich die Spannung, oder eigentlich bringt das die Spannung erst richtig rein. Weil man muss dann wirklich leise sein. Ansonsten ist dieses Viech so schnell auf einen aufmerksam geworden und tötet einen instant. Ich gebe dir einen Tipp, wenn du hoch springst, siehst du aber, wo der Mega-Zombie ist. Ich weiß das schon. Ja, ich sehe schon wieder einen. Das Problem ist, wenn man hoch springt, begibt man sich in die Gefahr, dass der andere Spieler einen sieht. Aber besonders lustig wird das dann, wenn mehr als zwei Leute hier im Labyrinth rumrennen. Ja. Entschuldigung. Es gibt aber irgendwie kaum Zombies mehr. Ich habe zumindest auch noch auf keinen getroffen, also bis auf einen Mega-Zombie. Das war ich vorhin. Ich höre da aber ein Zombie. Ich höre da eine Gäste. Alter, und der Server ruckelt gerade total rum. Ach du. Ich dachte die ganze Zeit, du kommst von woanders. Ich habe die ganze Zeit gedacht, du kommst von rechts. Ich habe die ganze Zeit gedacht, du kommst von rechts, also aus dem Gang, wo du jetzt reingerannt bist. Ich habe mich die ganze Zeit da hingeschaut. Ich habe mir das schon gedacht, vor allem weil ich habe diesmal deinen Laserpointer gesehen und habe mir gedacht, hm, was macht der da? Ich versuche jetzt einfach mal noch so viel wie möglich zu überleben. Ich habe dann später im Projekt 100 Levelpunkte zugesprochen. Und das nächste Mal seht ihr vielleicht mehr als nur zwei Leute. Das könnte dann deutlich mehr Spaß machen, vor allem deutlich spannender sein. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, Leute. Ciao. Ciao.